Hallo, ich bin Otto in St. Ruprecht nach der Foundation und Level 1 Access Consciousness mit Susanna Mittermeier. Und habe ich sehr viel mitgenommen, hauptsächlich Fragen zu stellen, neue Möglichkeiten zu kriegen, wo ich früher eher stecken geblieben. Jetzt weiß ich, immer dranbleiben, in Frage zu bleiben und einfach damit irgendwie mehr Leichtigkeit zu mir machen, inspirieren zu lassen. Kannst du, wirst du diese Werkzeuge und diese Kurse auch beides für dich und für deinen Job verwenden können? Ja, ja. Und was ist dir da bewusst geworden? Ja, ich kann privat und auch beruflich, ich arbeite als Kinesiologe, kann ich anwenden, ich biete auch Kurse und Einzelsitzungen. Und die sind wirklich sehr, sehr nutzvoll. Also zum Beispiel die Werkzeuge, alles ist nur eine interessante Ansicht, kann für uns eine Leichtigkeit zu schenken. Einfach nicht so bedeutungsvoll zu sehen, die Gedanken und Gefühle, sondern das ist eine von den hunderttausenden Gedanken, Gefühlen und nicht wichtiger als eine andere. Also wenn wir so sehen, dann haben wir sofort eine ganz easy Leichtigkeit und Happiness, Joy. Wie kann noch besser sein? Ja, also ich bin voll begeistert und ich kann für alle empfehlen, diese Kurse zu machen. Also das Leben danach wird sicher ganz anders sein. Ja, also ich bin voll begeistert und ich bin voll begeistert und ich bin voll begeistert.